Ein Wohngebiet in Mikolaiv. Aus der Stadt im Süden der Ukraine werden seit Tagen heftige Luftangriffe der russischen Armee gemeldet. Das Wohnhaus von Alexander Saderas Mutter wurde dabei zerstört. Die Seniorin hat den Angriff überlebt, ihr Sohn steht dennoch fassungslos in den Trümmern. Der ehemalige Oberst der sowjetischen Armee kämpfte einst an der Seite russischer Soldaten. Jetzt sind aus den ehemaligen Weggefährten erbitterte Feinde geworden. Saderas versteht die Welt nicht mehr. In der Sowjetunion war ich Hauptmann, damals zur Zeit des Zusammenbruchs. Wir waren alle gleich. Es waren Kasachen unter uns, Russen, Ukrainer. Es ist mir nie in den Sinn gekommen, dass wir gegeneinander kämpfen könnten. Absurd. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Eine Frage, die sich dieser Tage viele Menschen in der Ukraine stellen. Nur einen Steinwurf entfernt vom zerstörten Wohnblock in Mikolaiv hocken die Lehrerin Ina Kuri und ihre Nachbarinnen in einem Keller. Sie haben sich hier häuslich eingerichtet, sind entschlossen, trotz der unmittelbaren Kriegsgefahr in ihrer Stadt zu bleiben. Wir versammeln uns hier alle. Die Leute kommen aus verschiedenen Häusern. Wir haben versucht, hier mehr oder weniger normale Bedingungen zu schaffen. Wir versuchen es uns hier gemütlich zu machen. Wir backen Pfannkuchen, bringen selbstgemachte Marmelade und Eingewecktes mit. Trotz allem, wir glauben an unseren Sieg. Die Frauen und deren Familien wollen nicht aus der Ukraine fliehen. Sie wollten bleiben, denn hier seien sie zu Hause, sagen sie. Derweil greift die russische Armee weiter Ziele in der Großstadt am Schwarzen Meer an. Am Wochenende kamen in der Region Mikolaiv neuartige Hyperschallraketen zum Einsatz. Gegnerische Luftabwehrsysteme haben diesen Waffen wenig entgegenzusetzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017